Hallo YouTube, was geht? Es ist wieder soweit. Wir spielen heute gegen Monte, FC Erdkern gegen FC Kreditkarte. Das ist sein Team. Ihr könnt's ordentlich krachen, grüllet Mbappé. Mal schauen, ob er mein RTG-Team wegwichst. Bin sehr gespannt. Daumen nach oben, Kommentar erlassen. Viel Spaß beim Game. Und noch einen guten Abend. Hey, Micky. Alles klar. Zurück vom Erdkern. Bin noch da. Bin noch da. Monte, wie gut bist du? Monte, sehr gut. Hat gegen Roar 2-2 gespielt. Wirklich? Ja. Ach du Scheiße, was? Aber Micky, wenn du denkst, du bist beim Erdkern, Digga, komm mal bei mir vorbei. Ich hab das gelesen bei dir im Titel. Du wolltest eine Ikone ziehen, ne? Ich hab 9.700 Euro verzogen. Keine Ikone. Und mein bester Spieler war bei den ersten 1.000 Euro. Seitdem hab ich nichts mehr Gutes gezogen. Aber hast du ein relativ gutes Team? Wie viele Coins hast du so? Was ist dein Team wert? Das weiß ich nicht, Digga, aber ich hab jetzt grad 6 Millionen Münzen und weiß gar nicht, was ich mir jetzt noch. Also als nächstes ist da ein R9 dran oder so. Ja, okay, krass. Wie gut bist du, Micky? Gegen Trimax hab ich im Elfimeter schießt gewonnen. Das war sein erstes Game. Mein Team ist halt, du wirst dich halt gottlos überlaufen, ne? Ja, wir können sehr gerne ein Spielchen machen. Na, dann lad ein, Digga, ich bin sowieso. Ja, ich bin noch im Rivals Game, aber danach sehr gerne. Machst du ja dann nicht mehr, scheiß drauf, Digga. Doch, mach noch ein paar Packs auf. Du musst noch ein bisschen tiefer zum Erdkern. Nein, tiefer geht nicht, Bruder. Mach die 10.000er voll jetzt, komm. Nee, 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 das schaff ich auch nicht mehr. Willst du ein Nashi spielen? Nö, Digga. Sicher, Monte? Ja, ja. Ich weiß so oder so, dass seine Mission ist, mich zu ficken, Digga. Weil er sich dann wieder pushen kann, weil es sich in seinem Ego gut anfühlt, dass er dann Road to Glory gemacht hat, obwohl er eigentlich nur mit uns Packs gemeinsam ziehen will und uns absolut bereut, dass er mit EA da so einen Machtkampf hatte. Ja, nächstes Jahr, nächstes Jahr eventuell gibt es dann die Road to Glory plus 100 Euro. Du wärst noch so rein, Bruder. Meinst du, ich werde noch paint? Auf jeden Fall, Digga. Ja, ja, alles steht und fällt mit der ersten Weekend League, sag ich auch. Lass noch ein gutes Team, Team of the Week sein und dann wird richtig geschnitzt bei denen und dann sehe ich dich. Und ich würde auch behaupten, böse Zungen behaupten, du hast schon Packs gezogen auf einem anderen Account, Digga, ohne dass du jemand mitbekommen hast. Okay, ja, gut. Was schummelt? Nein, hab ich nicht. Du hast dieses Jahr noch nicht einmal für Geld gezogen in FIFA. Für die 6.900 Coins, die ich hatte halt noch, ne? Nein, nein, ich meine für andere, auf anderen Account. Wie meinst du? Ja, auf anderen Account einfach. Man hol die aufgeladen, um zu gucken, was kommt. Aha. Interessant. Nein, hab ich nicht. Du bist so ein Lügner, Digga. Nein. Ey, Jungs, dieses Jahr FIFA und so Spielsucht, Jungs, was sollen die? Roll to Glory, Roll to Glory ist das einzig Wahre. Ja, ja, klar, natürlich, Digga. Wenn man es kann und nicht Micky heißt. Okay, Game ist vorbei, ich lade dich ein. Mach das, ja. Ich habe die Hoffnung, dass ich eine Ikone ziehe auf dem Road to Glory Account. Und das wäre ein Bruch für Monte. Ein Montesbruch. Ja, dann schallerts. Ja, lad ein, ich gehe kurz pinkeln und dann machen wir erst mal. Bis gleich. Ich muss kurz PS5 starten. PS5-Version starten, Monte. Warte. Mit PSG-Version? Ja, ich dachte, das sind leichtere Spieler. Aber hast du da auch erstmal bekommen? Ich habe es so in die Fresse bekommen, kannst du dir gar nicht vorstellen. So. Hast du Einladung bekommen? Nein, habe ich nicht. Du mal ein? Du musst auch auf klassisches Spiel gehen, ne? Ja. Hast du? Wie heißt du denn? Red Arrow, 93. Ich habe nichts bekommen. Soll ich machen, oder? Ja, bitte. Oder bist du zu unfähig? Ich glaube, vielleicht bin ich zu unfähig. Sonst mach du ein Statik mal neu. Digga, ich habe Monte so gebrochen. Bei mir wird die FIFA 23 installiert, die PS5-Version. Okay, Monte, wir sind gefickt. Ich kriege es nur bei der PS5-Version. Und die installiert gerade. Ja, ich habe PS4 gespielt. Ich dachte, da gibt es einfache Gegner, aber die haben mich richtig geknallt. Ich habe 50 Prozent, Monte. Das lädt hier. Ja, aber wenn du das Spiel startest und installiertest nochmal, das wäre nichts. Ja, da bin ich ja dabei. Da bin ich ja gerade dabei. Vielleicht kriegst du noch gute Laune, wenn du mein RTG-Team jetzt gleich richtig knallst, dann gehst du noch, dann gehst du mit einem schönen Gefühl auf. Oder rettet dich das nicht? Nein, das rettet mich nicht. Okay. Und aus diesen Leih-Packs, hast du da irgendwas gezogen wenigstens? Dieses OTW-Pack oder so? Habe ich alles abgestoßen. Ja, gut. Du streamst irgendwie schon um 12 und 13 Uhr, dann immer bis abends und ziehst nicht eine gute Karte. Spielst du auch viel oder ziehst du eigentlich? 95 Prozent ziehen, 5 Prozent spielen. Michael, ich bin mit 10.000 an einem Miesen-Digger. Und mein bester Spieler war ein 300k-Wert. 300k. Da haben die anderen schon richtig gut reingelackt, muss ich sagen. Wenn es ein Jahr wäre, okay, aber letztes Jahr war es ja auch so. War es letztes Jahr auch so bei dir? Letztes Jahr 10.000 Euro, nicht eine Ikone. Dieses Jahr genauso. Glaubst du, dass da EA was an deinem Account gedreht hat? Da ich nicht so ein Loser sein will nächstes Jahr wie du und dein Code, EA kann da nichts für, Digga. Nein, nein, nein. Schön gesagt, Montag. Das ist Zufallsprinzip und ich bin selber schuld, Digga. EA schummelt, sage ich. FC-Kreditkarte gegen FC-FK. Wen hast du denn im Sturm? Jotter und Abome. Und das Famila-Trikot aus dem Norden. Wie gefällt dir das? Sehr gut, ja. Alles gut, Kailo. Alles gut, mein Schatz. So, rein. Mal schauen, ob er mein RTG-Team wegwächst. Meine Einstellungen ändern. So, auf ein gutes TG. Auf ein gutes. Gut Kick. Oh, ich habe schon wieder Verbindung. Jedes Mal, sobald das Spiel anfängt. Seht ihr das, Jett? Oh, Rillet habe ich Angst. Was? Armball. Okay, ist immer noch am Ball. Gut. Gut, immer noch. Der hätte auch mal durchgehen können, finde ich. Ja, das habe ich mir schon dieses FIFA oft gedacht. Oh, schön. Also, ich weiß nicht, ob ich den falschen Chemistry-Style drauf habe, Chat, aber es ist nicht das erste Mal, dass Euse in einen guten Schuss einfach mal hinter das Tor setzt. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, was der für ein Chemistry-Style drauf hat. Boah, die stehen aber auch kompakt. Was spielst du denn für eine Formation? Ist ja in der Mitte komplett alles dicht. Okay. Läuft vorbei, gut. Oh, ja, geil, das ist dann. Oh, das ist noch ein bisschen schwächer. Mach dir gar keinen... Oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Mann. Mann. 1-0 ist nichts 2-0 könnte nerven Spiegel immer über 90 Minuten, Micky Vergasst es nicht, wir sind hier immer noch in EA Da reicht ein Tor Und die ganze Mannschaft ist gebrochen, Digger Siehst du? 1-1 Ja, das stimmt Aber den stößt du auch mal ganz gerne aus Versehen ab Ja, alles gut, Digger Bruder, ich bin anders als die anderen, Digger Ich bin hier nicht, um, wenn ich in Führung gehe, dich zu brechen Okay, danke, Kuss Ich spiele hier mein Spiel, Digger Und mir ist am Ende nicht egal, wer gewinnt Aber mir ist wichtig, dass die Spieler das machen, was ich möchte So halbwegs, weißt du, wie ich meine? Am meisten rascht es sich aus, wenn Fehlpässe kommen Und denke, das ist ein Scheiß, Digger So was, so was Kann auch mal gut und gerne meiner sein Der hätte den einfach unten rechts reinhauen sollen Wieder Verbindungsfehler, seht ihr das? Retention, please Ja, Kylo, alles gut Hast du schlecht geschlafen, Diggi? Alles gut, Kylo Im Handtuch hier auch im Game Diese Fehlpässe, ich kann das nicht Es ist schön, dass das auch einfach mit dem Ikonenteam passiert Das passiert gefühlt noch öfters damit, Digger Da musst du eigentlich dran sein Da musst du eigentlich dran sein Oh, weiß ich nicht Weiß ich alles nicht Ich hab die ganze Zeit oben Orangene Balken Dass meine Verbindung kaputt ist, Digger Ich weiß nicht, was ich machen soll In jedem Spiel hab ich den Scheiß, Digger Oh, Abome Oh, den kannst du auch mal machen Oh, Cholet Cholet Ich hab die Verbindung Ach ja Es ist herrlich, dieses Spiel Der hat den Yashin Oh, wie gern würde ich Yashin spielen Warte, also ich kann das nicht mehr, wirklich Es macht mir einfach keinen Spaß, Digger Was?! Ach, scheiß drauf Wirklich Und fähig Das ist so lächerlich, das Spiel, Digger Oh, ja, Geis Ich hab die ganze Zeit gelbe Verbindung Es leckt bei mir Ich kann das nicht mehr, Digger Es ist in jedem Jedes Spiel Bei dir ist es noch schlimmer gerade Aber ich hab in jedem Spiel Hab ich diese Verbindung Und das ist ja auch offensichtlich Ihr seht das ja, Chat Hast du deine PS5 Mit dem LAN-Kabel angeschlossen Oder WLAN? Nein, Bruder Ja, das war's Ah, albernes Tor, Digger Quatsch, Tor Nee, ich hab das in jedem Spiel Hast du mit LAN-Kabel angeschlossen Oder über WLAN? Nein, über LAN-Kabel, Bruder Ja, okay Dann ist ein Bruch Dann ist ein Vollbruch Seht man nicht Das ist hier immer oben in der Mitte Ihr seht das, ihr treut doch Ist ja für jeden sichtbar, Digger Ich weiß, ich hatte irgendwo bei TikTok oder so gelesen Dass man Crossplay deaktivieren muss Keine Ahnung, ob das was am Ende bringt Ich weiß nicht Halbzeit, 2-2 Spannend Ja, drück mal, Bruder Zeit ist Geld Jo Mal Kollegen kommen bald, was? Wir geben Gas Schon wieder, schon wieder oben, Digger Also es ist, ach komm Egal Ja, gutes Spiel Aber ich, also Ich denke mal, dass ein 2-2 eher unverdient ist Also ich denke mal, dass du die Führung schon verdient hättest Du hättest deutlich bessere Chancen Gerade zum Schluss Oh, der ist gefährlich Oh Ja Oh, was? Der haut den weg Ich fälscht War es wieder Euse? Ja Chat, das ist das fünfte Mal heute, dass er so eine Chance rüberschiebt Ich weiß nicht Euse braucht vielleicht einen anderen Kevin C-Style Ich kann es euch nicht sagen Aber der hat irgendwie Scheiße am Fuß bei mir Ah, da musst du den echt links vorbeispielen Ganz leicht links vorbei Verbindung kaputt Ja Jo Hätt auch mal einen Elfer geben können Ja Für mich vielleicht, ja Oh, du warst doch dran Was war das für ein Pass? Okay Okay Och Oh, Mist, was machst du da? Och, ich bin ein Fettsack, Digga Warum schieß ich da nicht ein? Weil ich wollte zu viele Pässe Digga, rüllet so ein Monster Tackelt mich komplett weg Oh, das wäre so ein schönes Tor, ich habe einen Pass zu viel gemacht, Digga Und das war der ehrenlose Querpass Rüllet Entspann dich Digga, Rüllet ist los, Krawall Ich kann nicht mehr mit Rüllet, das geht nicht mehr Das ist ein Elber, Digga Und der Der Kampong ist oben wieder am Start Keine Chance Oh Wenn ich direkt schießen soll Ja, ja, ja Ah, Viara Komm nicht vorbei Wichtig Fortrado ist er besser im Zweikampf dann anscheinend Digga, siehst du das, was da passiert? Oh, der macht ihn nicht Alter, hohe Verbindungsabbrüche Warte, ich muss kurz einmal Digga Er macht ihn nicht rein Er macht ihn nicht rein Das war sowieso Abseits, Bruder Ja, stimmt Ich kann erstmal in diese Verbindung Ich muss da eine Lösung finden, Chat Oh, was macht ihr da? Was? Ich schwöre bei meiner Mutter, Digga Ich hab Schießen gedrückt und der macht einen Querpass Entweder war es Restbefehl oder die wollen mich alle in den Arsch ficken hier Er hat ihn Ja, ja, Schien Ist gut Was? Was? Oh, wieder ein Pass zu viel Ich kann das nicht mehr, Michael Ah Wieso läufst du da nicht zum Ball? Ja, 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 ja Und damit, meine Damen und Herren Ist das Ding auch wieder durch Zakaria läuft nicht zum Ball Einfach freier Pass Überlaufen vom Icon-Team FCR, gern Macht seinen Namen Alle Ira Okay Ich krieg meine Spieler hier nicht vernünftig ausgewählt, ne? Jedes Mal der gleiche Scheiß, Digga Abseits Abseits Dann muss ich das halt so klären Das ist ein Bruch Ja, Bruder, ein Spiel geht über 90 Minuten, Miggi Das sag ich dir, Digga, weil ich es dir sogar noch gönnt, ein Tor zu machen Okay, okay Ich schenk's dir nicht, aber Bruder, gib dir nicht auf, okay? Okay Jetzt hab ich dich gefickt, jetzt kannst du ins Erdkernloch Ah, meine Spieler, völlige, völlige Verweigerung Was ich bei meinen Spielern auch merke Sobald die 60. Minute ist Die haben alle so keine Ausdauer mehr, ne? Naja, das ist ja normal, ne? Bei solchen, sag ich mal, etwas niedrigeren gerateten Spielern Und das ist der Nachtritt Gigi, es mir geht, Digga Gigi Willst du eine ganz offen und ehrliche Meinung haben? Sehr gerne Zweite Halbzeit hast du nicht mehr so viel hinbekommen Wie in der ersten Aber die erste Halbzeit war wirklich Also nach meinem 1-0 Also die erste Halbzeit warst du wirklich stark Und ich würde sagen, dass du Dass du zwischenzeitlich viel mehr den Sieg verdient hättest Und ein 5-2 warst definitiv nicht Ich würde sogar so gehen, Digga Dass am Ende ein Unentschieden ausgerechtfertiger gewesen wäre Am Ende zählt das Ergebnis, okay Aber war ein sehr solides Spiel, Bruder Ja, war sehr geil War sehr geil Okay, Liebe Okay, gehen wir wieder runter Ja, wir gehen runter Ja, wir gehen runter